Hier haben wir die Baus & Wilkins PX, das ganze Bluetooth Kopfhörer und die haben diese nette Funktion der Schallisolierung. Also ich habe hier in dem, kann man hier oben vielleicht so ein bisschen sehen, da so eine Mikrofone eingebaut, die den Außenschall nehmen und dann sozusagen so ein gegenteiliges Signal umwandeln und dann eben dadurch die Außengeräusche dann reduzieren. Das ganze kann ich mit einem Kabel verbinden, wenn ich möchte. Also er hat hier einen normalen Klinkenanschluss. Das ganze ist aber auch über Bluetooth hörbar und hat ungefähr eine Akkulaufzeit von sechs bis acht Stunden, je nach Lautstärke dann. Ich kann die ganze Geschichte dann eben auch als Freisprechanrichtung fürs Handy benutzen und der Klang ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.